hallo und guten tag hat er gesagt ja die nacht ist angebrochen ich brauche hier ich habe ein bisschen plankenprobleme aber nur ein bisschen ne und auf jeden fall sollte ich gleich linksen sag schnell ähm angeln weil fressen ist jetzt auch ein bisschen leer ein bisschen planke hatte ich ja gesammelt in ende letzter folge noch aber das reicht natürlich immer nicht so ne die insel die war sehr ergiebig ne ihr seht 17 metall habe ich das heißt irgendwann können wir die nächste schmelze hin batzen das ist gut das macht auf jeden fall sehr viel sinn und spaß aber hier muss es ja auch noch größer werden ach du aß am ende bringt man den doch nur nach oben oder kann nicht dass er dauerhaft tot einfach zu wellig ja stein kann man jetzt nicht so richtig machen kann man den unter wasser denn auch abschließen ich hoffe so sehr soweit ich hier irgendwas habe zu schießen ist die junge eh geschichte das auf jeden fall da kannst du dir fast drauf machen so ne storys machen wir da nämlich gar nicht mit so können wir denn scharnier bauen mittlerweile flossen das wollte ich bauen scharnier ne dazu vorher müsste ich ja mal Schmolzendes, also Metallbahn und sowas opfern. Gucken wir jetzt gleich mal gucken, was wir denn so schönes haben, wenn wir Glas und sowas hier reinsetzen. Wir werden erstmal die Metallbahn erforschen. So, dann haben wir Bolzenschanier, richtig großer Grill, ja und einen Topf dann später. Aber wir haben ja noch das Glas, so und dann können wir hier reinigen. Hier kann man ja sammeln, bis man umfällt, also das wird ja... Ich hätte ja mal so gerne sowas wie eine große Kiste oder sowas. Weil das ist ja nur ein kleines Behältnis und ich hätte gerne auf jeden Fall große Behältnisse. So, ein Scharnier können wir jetzt sicherstellen. Wolzen und ein Scharnier. Wo denn wird hier? Ah, hier. Wolzen. Scharnieren und ich. Aber hier jetzt gleich. Okay, wird hier. Ein bisschen was machen wir hier. So, erforschen. Jetzt haben wir eine Schippe. Nütze den Schmutz zu sammeln. Wozu auch immer. Richtig geile Angel haben wir jetzt. Netzwerfer. Richte ihn auf ein Tier um es zu fangen. Wir haben noch Tiere. Metallspeer. Und das ist schlecht. Insekten jetzt. Nütze den Insekten zu fangen. Einfacher Bogen. Jo, jetzt haben wir es endlich. Metallaxt. Schrotthaken. Noch einen besseren. Zeig die Uhrzeit an. Und den Topf. Okay. Jetzt. So. Dann als nächstes auf jeden Fall den Scharnier. Jetzt wird hier Scharnier noch drin. Afforschen. Schere. Perfekt um Wolle zu schneiden. Was? Wolle? Große Anbaufläche. Dann endlich mal ein Lager. Und stationärer Anker. Ja, das ist auch nicht schlecht. Jetzt hier so einen fetten Anker haben. Puh, da haben wir ja aber für die Zukunft ordentlich was zu tun würde ich sagen. Jetzt wirkt es irgendwie hier ziemlich klein was hier so gut gebaut ist. Jetzt könnten wir hier aber ordentlich noch was machen raus. Mit Hütte und sowas ne. Wie so ein richtiges Schiff. Vorne ein Bug. Oder ist ein Bug hinten? Ich weiß ja gar nicht. Ich bin nicht so. Der hat ja Doktor ne. Ich weiß ja nicht. Er sieht immer unten in der Taskleiste da unten. Sieht immer so. Taskleiste sag ich da. Naja unten da ne. Sieht immer so groß aus. Dieser Fisch ne. Und dann äh ja. Ist jetzt so ein kleiner Kackfisch. O-up. Da sind meine Streifen eigentlich. Wo fliegen wir hin? Cool, wollen wir den Anker hier schon mal hin machen? Wo habe ich den Anker hingeballert? Da ist er. Gut. Wo ist die ganze Zeit hier eigentlich so übertrieben heftig? Erstmal will ich da die paar Bäume da oben rasieren. Damit es hier ein bisschen vorwärts geht auf jeden Fall. Ich will besser parken diesmal. Okay. Geil. Puh, schön. Vielleicht kriegen wir genauso viel wie da vor. So, ich will also ein bisschen reparieren. Weil das einfach hier. Den auf jeden Fall. Boah, der wäre fast weg gewesen. Das ist hässlich hier. Kleine Mistvieh. Aber die haben mich immer angebeißt. So, wir haben ein kleines. Okay. Das lief doch mal jetzt so ein bisschen. Das ist ja wenigstens hier mit den Fressen ganz gut. So, dann gehen wir hier mal schnell rüber. Und die Axt haben wir hier. Und dann holen wir uns mal wenigstens in die Bäumchen jetzt so schnell. Und dann holen wir uns mal rein. Der hat eine anderen. die samen die will ich jetzt nicht so richtig aber wenn wir schon mal eine pokusnuss kriegen vollfressen auf jeden fall richtig doll vollfressen irgendwann nahe gekriegt kartoffel dem boom ist noch und sonst so hier ist glaube ich nichts schönes drin hau bloß ab du blödes vieh hier der haken ein bolzen nur noch dann könnte man den richtig geil dies ist im grunde der gleiche wie der kunststoffhaken aber besser eher schneller haltbarer und kann weiter geworfen ja 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 brauchen wir einen bolzen zu das ist schon mal gut so was ist mit denen hier sind vorgänger stabiler und etwas professioneller insekten als naja du brauchen wir jetzt nicht so richtig aber den hier das wäre ganz geil glipper bräuchten wir ok und ein bolzen ja wir werden schon mal da gibt es ja feilschaden du kannst nicht unter wasser wahren das ist ein blöder besser wo ist er denn jetzt ich trau mich gar nicht nicht mal ein bisschen nicht mein stück besonders weil ich dir jetzt wieder schaden nehme wie weit kann der denn jetzt werfen naja so weit ist es jetzt aber ohne mein freund so weit blüder aus das kostet einfach immer zu viel material das kotzt mich am meisten und am schlimmsten ist das mit den essen hier also das ist ganz ganz schlimm dennoch eine gerzenflasche die noch nicht mal brennt so so irgendwas müssen wir hier jetzt mal weg liegen so zack jetzt nicht ja die gerzenflasche große kiste ich will schon wieder das ist schon wieder dieses problem ich will das einfach mal alles bauen alles komplett alles abbauen durchbauen quer bauen alles komplett ohne wenn uns arbeit alles bauen und dabei müsste ich erstmal genug bretter haben damit ich überhaupt irgendwas machen kann aber wenn ich die mal jetzt so verbaue ich weiß nicht ob ich weitermachen soll mir bringt es ja nicht wenn ich erze erzte erze sammle und ähm wisst ihr da bin mir jetzt nischt und ich habe ja auch diese fangnetze noch nicht nischt was haben wir denn noch ein palmen schütte zu viel auf jeden fall hier haben wir noch ein fertigen haufen hier haben wir noch ein stehen metallerze brenne ich erst noch metallerze brenne ich erst noch noch eine hier auch die hier 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 ist der große reiniger kann mehrere tassen wasser auf einmal reinigen benötigt kein treibstoff Aber guck mal, da fehlt richtig, richtig, richtig viel. Denn der große Grill, ach du meine Güte. Nur nicht mal die Flossen kann ich herstellen. Eigentlich wollte ich davon nur jetzt noch so ein paar herstellen. Aber das habe ich ja auch noch nicht mal. Von allen irgendwie recht zu wenig. Das ist doch mal ein richtig großer Buntbarsch. Ich würde sagen, wir treiben uns weiter. Das macht hier jetzt keinen Sinn. So ein bisschen so ein Wurfanker kann ich nur bauen. Stationärer ähnlich. Und den können wir mit viermal Stein. So viel Stein haben wir gar nicht. Ach, den finden wir unterwegs. Da ist er. Aber macht ja jetzt auch keinen Sinn. Das ist ja hauptsächlich gesprungen hier. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Eigentlich alles. Wollen wir da hinten mal hin? Vielleicht haben wir da noch was nützliches. Das sieht doch graut aus. Ich brauche endlich mal Beleuchtung. Wenn ich jetzt zu schlafen gehe. Ich würde es ja gerne mal an. Sind wir an der gleichen Stelle jetzt. Oder sind wir auf 50 km. Daneben. Ne, ist immer noch da. Eigentlich wenn nur die Zeit vergeht. Nicht der Standort. Okay. Hey. Wer ist denn das hier immer? Echt fresh. Ja. Langsam bewegen wir uns dann. Ah. Ties ab. Also. Mit den Upgraden da. Ich habe das Gefühl. Ich habe viel zu wenig. Viel zu wenig. Also alles viel zu wenig. Aber ich weiß gar nicht wie ich es anders machen soll. Man ist ja Grund natürlich nur beschäftigt. Das ist ja heftiger als. Keine Ahnung. Karies oder so. Keine Ahnung. Karies oder so. So. Keine Ahnung. Ich will sicher weg. Echt gut gefahren. Na. Es ist richtig gut. Jetzt schiebt sich dann noch so rein. Geil. Dankeschön. Das war echt gut. Jetzt drehen wir uns dann noch so ein bisschen rum. Ja. Guck. Thankeschön. Na. Ciao. War immer wieder nett mit ihnen Geschäfte zu machen. Ich weiß nicht von den Trockenziegeln. Also ich glaube wir brauchen ein paar. Aber ich weiß noch nicht wie viel. Ok, ich habe den Trockenziegel gesetzt. Klipper ist fertig. Knappig. Das war echt knappig. Einen Angel wollte ich hier erstellen oder müssten wir als erstes. Richtig jute Angel. Was kostet denn eine richtig jute Angel? Können wir sogar Metall angeln. Jetzt haben wir die nämlich up to date. Das ist nämlich schon mal richtig geil. Ach die haben wir noch was zu essen. Noch kälter. So und ich glaube als nächstes den wunderbaren Grill. Erstmal angeln. Angle ich jetzt eigentlich nur noch großen Fisch oder geht das jetzt von den Sachen her? Ich denke jetzt immer nur was Angeln, was ich gerne hier brauchen kann. Weil der Grill zu klein ist oder sowas. Bei den Lachsen nehme ich auch schon so. Sehr hart. Keine Anzeichen. Komm mach hin ey. Ach siehste, der wälzt. Was hab ich den so gefressen? Die können gar nicht trocknen wenn das regnet. 100% nicht. Die verarschen mich doch schon wieder. Ah ich hab nichts. Ach du blödes Arschle. Das ist echt gemein. Ich dachte da kommt ein Holz noch drunter. Hätte ich schwören können. Aber er wollte nicht. Versteh ich nicht so richtig. So wie oft zu regnen damit mein Ziegel auch mal trocken wird. Ist doch. Geil. Geil. Komm hier ein bisschen Beinarbeit achten. Du würdest ja nie hier was. Nur fressen, sammeln, scheißen, essen, trinken, sammeln. Heftig. Nichts anderes machen wir mehr. Nichts anderes machen wir mehr. Nichts anderes machen wir mehr. Wollten wir nicht hier zum Fangen jetzt mal machen. Brauchen wir aber Nägel. Aber Nägel haben wir. Äh. Jetzt hier mal ernst beiseite. Nägel haben wir doch hier. Ja. Hier wird auf. Ja. Zituan. Ja. Da. Gen. Ja. Nee, da kommt schon wieder eins. Geil. So, die können wir direkt essen. Ey, so ein Stress-Sirade, wa? Was hat denn gemacht? Nichts. Ähm, was wollte ich sammeln jetzt? Und jetzt fehlt schon wieder Seil. Aber wir haben hier jetzt weiter kein Seil drin. Okay. Du musst ja mal gucken. Doch da hat man noch eins. Hä, hä, hä. So, was wollte ich? Das sei ihr hier stehen. Oh Gott. Das war euch auch so. Ich bin ja total in Stresse. Ich hab das Gefühl, dass ich nur ackern muss. Top. Das ist noch erstaunlich. Okay. Da sammeln jetzt. Nein. Ein Seilfäder. Ihr braucht Blätter. 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 Beug. So was nur in mehr. Also nicht in diesem mehr. Sondern, äh. Vielzahl mehr. Geil. Gut. Gleich jetzt auf. Seil. Okay. Alles klar. Sammeln jetzt. Ach, zwei noch. Ach. Lecko mio. Doch. Boah. Das war gut. Das war echt gut. glaube ich. Ja. So. Jetzt haben wir nämlich drei davon. Jetzt können wir uns mal überlegen. Wo machen wir dran? Wir machen jetzt erstmal hier ran. Hier ran. Hier ran. Und hier ran. Und jetzt. Jetzt hat er schon mal gut gefruchtet. Oh, eins ist hier schon drin. Kachin, kachin, kachin gemacht. Cool. Richtig geil. Cool. Ja. Dann würde ich sagen, ist das jetzt hier auch schon mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.